Der FC Augsburg ist mit 1.2 gegen RB Leipzig aus dem Pokal geschieden. Die Auseinandersetzung zwischen Oliver Münzlaff und Stefan Reuter trifft bei Manuel Baum auf Unverständnis. Quelle, Omnesport Der FC Augsburg ist nach einem Elfmeter in letzter Minute aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Geschäftsführer Stefan Reuter war nach dem Schlusspfiff bedient, und schimpft die über seinen Gegenüber. Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter hat nach dem Pokal-Krimi gegen RB Leipzig heftige Vorwürfe gegen seinen Kollegen Oliver Münzlaff erhoben. Das ist eine bodenlöse Frechheit, wie er sich verhalten hat. Statt sich mit seiner Mannschaft zu freuen, stürmt er nach dem Spiel in unsere Coaching-Zone. Das ist extrem arrogant und unverschämt, schimpfte Reuter nach dem 1.2, 1.1, 0.0, NV im Viertelfinale gegen den Bundesliga-Konkurrenten. RB-Geschäftsführer Münzlaff könne sich auch eine Entschuldigung oder schöne Worte sparen. So verhält man sich einfach nicht, wettete Reuter noch lange nach Spielschluss. Der frühere Nationalspieler und Münzlaff waren an der Seitenlinie heftig aneinandergeraten. Augsburgs Co-Trainer Jens Lehmann schlichtete schließlich. Münzlaff erklärte, sich ausschließlich über Lehmann beschwert zu haben. Ich war bei Jens Lehmann und habe gesagt, dass es nicht fair ist, permanent bei uns in der Coaching-Zone zu stehen. Da sind die Gemüter hochgekocht. Das ist okay, das kann ich verstehen. Aber alles halb so wild, sagte Münzlaff bei Sky. Auch Leipzig-Coach Ralf Rangnick war um Deskalation bemüht, nachdem es nach dem späten Sieg durch den Leipziger Marcel Halstenberg, 120 Punkt plus 1, per Handelfmeter auch auf dem Rasen Rangelein gegeben hatte. Ich wollte dem Schiedsrichter nach dem Spiel die Hand geben, da habe ich einen leichten Rempler bekommen. Danach gab es Rudelbildung. Dass die Emotionen nach so einem Spiel hochgehen, kann ich verstehen. Das ist alles okay, sagte Rangnick. Während der Frust beim Pfka nach dem Lastminute aus riesig war, herrschte bei RB über den erstmaligen Einzug ins Pokal-Halbfinale, 23 Punkt-24. April, große Freude. Das ist unfassbar und für unseren jungen Klub fantastisch, sagte Münzlaff. Auch Rangnick war überglücklich und stolz. Der Sieg gebe auch für die Liga Rückenwind. Wenn er aber ehrlich sei, jetzt wollen wir auch ins Pokal-Finale nach Berlin.